Ja, horch einmal und herzlich willkommen zurück zur kleinen Jumping Puzzle Sammlung in Guild Wars 2, heute mit dem Erfolg, Sprungerfolg, die Chaos Kristallhöhle. Diese befindet sich in der Nähe der Wegmarke Alte Piken Ruinen im Gebiet Eisensümpfe. Ihr seht den Weg, den ich hier gerade gegangen bin, das ist der Weg, den man gehen muss, um hinzugelangen. Also einmal hier rüber. Das Problem ist hier am Anfang direkt, man kann in den Tod stürzen, das heißt man muss ein bisschen aufpassen, wie man springt. Das passiert recht leicht. Mal gucken, ob es mir gelingt, nicht zu sterben. Hier ist der Eingang, schön versteckt im Gestrip. Und wenn wir jetzt da was aufsetzen. Ah, eine Taucherbrille gibt es hier. Dann springen wir mal komplett rein. Und ich habe es geschafft. Sehr schön. Wir müssen noch ein bisschen weiter runter schwimmen. Ein kleines Stückchen. Und wieder hier raus. Und wie man schon sieht, das sieht schon aus wie eine Chaos Kristallhöhle. Hier können wir mit dem kleinen NPC nochmal sprechen. Und das Problem ist jetzt, hier über diese ganzen Steine drüber zu springen bis zum Ende. Was auf den ersten Blick nicht schwer aussieht, wird aber relativ schnell schwer, da es hier zu, wie ihr hier gerade gesehen habt, zu solchen Blitzen kommt. Und diese Blitze vergrößern, verkleinern einen und machen Sonstiges mit einem. Wenn man also Pech hat, nicht so wie ihr hier gerade einfach durchspringt, so wie jetzt, jetzt bin ich plötzlich riesig. Und das kann einen sehr verwirren. Jetzt bin ich wieder klein. Und ich springe natürlich voll vorbei. So kann es gehen. Der Weg ist natürlich jetzt nicht weit. Und ich mache es jetzt direkt nochmal, sollte mir das nochmal passieren, gibt es kleine Cuts. Upsa. Na. Jetzt wird es aber. Ja. Okay. Toll. Welch Freude, welch Freude, welch Freude. Ah. Also. Na. Jetzt wird es aber wirklich. Peinlich. So. Das Chaos setzt ein. Man kann die natürlich auch geschickt umgehen. Aber. Ähm. Ja. Ja. Ihr schon merkt, ich bin hoch konzentriert. Ups. Was habe ich jetzt wieder bekommen? Wow. Speed Buff. Fies. Ganz fies. Okay. So weiter geht's. Wie ihr seht, habe ich jetzt wieder irgendwas ganz was Tolles drauf. Jetzt bin ich wieder ganz klein und sehe alles von ganz weit weg. Also. Es ist hier wirklich pures Chaos. Ich bin aber jetzt an der Stelle quasi, an der ich vorhin gescheitert habe und die Kamera spielt bei diesen Dingern absolut verrückt. Was natürlich absolut auch verwirrt, ja. So. Jetzt habe ich wieder irgendwas bekommen. Jetzt schießt auch noch was auf mich, was tierisch ein Riesenproblem sein kann. Jetzt habe ich wieder einen Speed Buff drauf. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt habe ich was. Wow. Speed Buff und klein und überhaupt und wow. Also das ist natürlich dann kein Spaß, ja. Aber wir sind hier an der gewaltigen, super tollen Truhe, die ich jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht öffnen darf. Habe ich sie schon geöffnet? Es sieht irgendwie so aus, als hätte ich sie schon geöffnet. Aber ich war hier noch nicht, versprochen. Heute nicht. Okay. Und damit hätte man den Erfolg quasi geschafft. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum ich die Truhe nicht öffnen habe dürfen, aber ist ja auch relativ egal. Wir kommen jetzt hier im Nirgendwo wieder raus, ja. Hier plötzlich, obwohl wir hier rein sind, ist aber auch egal. Das war also das Jumping Puzzle. Nicht sonderlich großartig schwer, aber durch diese Chaos-Effekte muss man schon ordentlich aufpassen. Okay. Bis demnächst. Tschüss.